Hallo, im letzten Part haben wir den letzten Splicer besiegt und den fotografieren wir mal, äh, nicht besiegt, fotografiert, okay, besiegt haben wir ihn auch, aber wichtig war ja nur, dass wir ihn fotografieren, ja, erhöhter Schaden. Ich schau mal einfach mal, was Karten bieten kann, ja, shit, wenn wir raus, ich würde kaffieren wir mal, bitteschön. Wow, das war voll knapp, scheiße, ich bin gleich tot. Komm, nein, ich brauche Geld. Shit. Die reichen Schatten des Rapture, der Grund des Bieres ist unsere Heimat. Wir haben alle die Läge, die wir heute gesetzt haben, und die große Kette für dich. Im Grunde genommen finde ich, finde ich, äh, Neptuns Bounty total langweilig, weil du da eigentlich nur fotografieren musst und dann zurück zu Pitch Wilkins. Soll dich der Idiot einfach nicht durchlässt? Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Du warst jetzt mal rein und da, der ist und sie ist wunderschön. Die Leuchte, dass wir mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und die hierhergebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ach, Atlas, mach dich doch nicht so fertig. Du kannst doch nichts dafür, dass diese Stadt untergegangen ist. Das ist so reisenschön. Nur weil er seine Stadt nicht beherrschen kann, man kann kontrollieren. Gott, ich brauche irgendwas zum Heilen. Und ich werde Fotograf... Okay, nein. Fotografieren jetzt nicht. Okay, Paparazzi. Ja, kleiner Anstieg, maximal Gesundheit und Eif. Das bekommt man, wenn man Lille-Sister fotografiert. Okay, da hinten ist noch eine Medi-Station. Danach besiegen wir wieder. Versuche ich mal den Big Daddy hier zu besiegen und die letzte Lille-Sister diesen Level zu retten. Oh, drei Verbandskästen hier. Okay, dann gehen wir jetzt an. Wir können das nicht mehr nehmen. Nein, ihr habt keine Lüge. Nein, ichدة nicht mehr. Nein, También mehr. Nein, sondern mehr. Nein, ich ehrlich. Shit. shit FFZ Nein Nicht nachdem, mehr pink. Buuen die bei Macht So, jetzt stirbst du. Ich will dich doch nur retten, kleine little sister. Und ich will dann erraten. Jetzt hau ab. Danke. Ja, ja, keine Ursache. So, gut. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Gerda's Garden. Und schauen mal, was wir uns so kaufen können. Ob es etwas Interessantes gibt oder so. Wir sind eh gleich da. Oh, was ist das hier? Das habe ich gar nicht gesehen. Menschlöcke. Das ist auch sehr nützlich. Dämpfschritt und erhört bei ahnungslosen Gegnern massiv den Schaden durchnackern. So. Jetzt kaufen wir mal. Gesundheitsupgrade. Und mehr brauchen wir nicht. Und das bekommen wir auch, wenn wir lange fotografieren. So, jetzt gehen wir mal da rein. Oder wir kaufen uns noch was. So. Hey. Nehmen wir mal. Ich bin doch nicht fertig. Oh, dieser Scheiß lag. Was ist das Problem am Beistock am Computer? Es lag ziemlich. Gut, also dann gehen wir mal rein. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft? Oder suchst du nur Ärger? Komm jetzt, lass mich rein. Lass dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Tafeler. Es war gerade ein Grafikfüller. Die Maske war kurz weg. Komm jetzt, lass uns rein. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Ja, das weiß ich auch. Anscheinend müssen wir ihn töten. So wie alle anknaufe. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Schnauhe in die Ruhrvorstand. Lass dich dich rein. Ein Schmerz. So, Hacker-Vorpus. Ja, genau. So, dann geben wir mal die Waffe an, weil sonst lasst du uns nicht rein, dieser Arsch. Da ist noch ein Auto-Ecker. Und jetzt gehen wir mal da rein. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Sitte Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine. Ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Ja, kommt zur Sache. Ja, kommt zur Sache. So, okay. Jetzt können wir gegen Pitch-Wilkins. Und die Waffe aus Gleisau. So, wo ist er denn? Komm, du hast Pitchi doch nicht die kalte Schulter rein! Das geht nicht! Ja! 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 Du musst sterben! stiff Stئreme! Stئreme! So... Du hast uns denkst gelesen nach Dean Essen Scheiß. Ich werde wieder rumgescheuern So, lauter Splicer So, das hack ich noch Ich habe schon wieder eine Episode mit Hackenarten Also, beim nächsten Mal geht es damit Nein, warte kurz Ich hole noch schnell meine Waffen zurück Ich habe schon wieder keine Verbandskisten Das gibt es doch nicht Okay, jetzt haben wir unsere Waffen wieder Gut Geht das noch fotografieren, okay Okay, ist egal Weil Leichen kriegen nicht sehr viele Punkte und so Also, beim nächsten Mal verlassen wir dieses Level Vielleicht finden wir Adler Familie Also, bis zum nächsten Mal Du hast uns lange genug in diesem Scheißlevel rumgescheucht D月ニバi Ja, wir müssen roller Stuka Ich werde頂ig